Aufgepasst aktuelle Animatronics! Ihr seid raus! Was? Scott ersetzt uns! Hi! Und er wechselt mein Geschlecht! Zumindest erkennt man dich noch! Ich bin ein Alligator! Ihr kennt das Sprichwort. Ihr seid das Huhn, aber wir das Korn. Aber das ist unser Zuhause! Genau! Ihr werdet uns schon rauswerfen müssen. Freiwillig gehen wir nicht. Wir bedanken uns für die Spende. Was jetzt Freddy? Wir rufen sie. Das ist ein Witz, oder Freddy? Wenn du das tust, gibt es kein Zurück mehr! Wir haben keine Wahl! Ich bin's. Wir brauchen eure Helfer. Ich war kurz davor, meine Moves rauszuhauen. Freddy, was war das? Das grauen Gregory! Scheiße, noch eins! Hier, nehmt das Kind! Für euch! Gewonnen! Yeoooo! Yeeee! Was denn klobater Mann ist das? Oh, hallo! Und wer ist wohl dieser junge Mann? Spinnen! Bist du hier, um mit mir zu spielen? Ja! Du bist nun wirklich kein braves Kind. So begrüßt man Leute nicht. Vielleicht gefällt dir der Guss hier besser! Mein Geduldsfaden ist gerissen, das war's! Du, ich hab versucht eine gute Spinne zu sein. Ich hab sogar jede Fliege in dieser dämlichen Ecke gefangen. Aber das reicht dir nicht. Und zu allem Überfluss denkst du auch noch stinknormale Waffen könnten mir was anhaben. Ich bin wie ein Boss aus Elden Ring. Mich kann man nicht töten! Hey Faxi, ich hab gerade ein paar... Spinnen! Tötes! Tötes! Puh, das war schon die dritte diese Woche. Hilfe! Wow, Freddy, ruhig! Ganz ruhig! Was ist passiert? Also, weißt du, ich hatte nur mein alltägliches Picknick. Und dann ganz plötzlich... Hm? Ich bin so schrägerannt wie ich konnte, aber sie wollte nicht aufhören meinen Namen zu rufen! Freddy! Ich hab sogar einen Beanstock nach ihr geworfen, um sie loszuwerden! Und ich trauere dem Monat immer noch nach! Aber es musste getan werden! Und jetzt bin ich hier! Nein, nein! Bitte nicht! Du kannst nicht gehen, Freddy Fazbear! Nicht ohne! Bäh! Deine kleine, süße Fliege! Hä? Du hast sie im Wald verloren, als du dein Picknick machen wolltest! Oh, ähm... Danke dir! Ich kann nicht glauben, dass du all das... Oh, nicht schon wieder... Gang! Ihr kennt das Spiel! Ich feuere den Ofen an! Oh! Mein Gott! Ich kann nicht glauben, wie viel Spielzeug es hier gibt! Was? Oh, sie leben? Oh mein Gott! Das ist wie Toy Story! Nein! Hier lebt rein gar nichts! Die haben sich gerade eindeutig bewegt! Oh, Mann! Komm schon, Kleiner! Liebe wie Brütti! Hey! Hör auf! Hör auf, in unserer Fabrik rumzulaufen! Das fass mich doch einfach! Na gut! Warte, warte! Au! Was geht denn mit dir? Wow! Ich wusste nicht, dass er das kann! Ich fordere euch, Mädels, zu einem Rap Battle! Habt ihr den Mut, gegen mich anzutreten? Wie der Zufall es will, steht die Vorsitzende des Rap Battle Clubs dir gegenüber! Wir halten uns also zurück, mein kleiner, süßer Junge! Ha! Kleiner Junge! Ja, lustig! Komm her, Prinzessin! Dich verspeise ich zum Frühstück! Mädels? Oh, Mist! Drei, zwei, eins, los! Oh, Mist! Oh, Mist! Nie mal! Genau! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, das ist ein schlechter Witz. Hmm. Und deswegen ist es genau dasselbe wie Tekken 4. Du, Player, ich gehe davon aus, dass du die eine Million Abus knacken willst, hä? Dafür würde ich meine Mutter verkaufen, wenn sie noch leben würde. Äh, ich habe gerade niemand geringeren als Mr. Beast am Ende dieses endlosen Lachs da gesehen. Mr. Beast? Oh, ich kann dich auch nicht sehen! Aha, und ich soll dir sagen, dass er liebend gerne ein Feature mit dir machen würde. Alles klar, Broskis, das ist die Chance. Fang mich, Mr. Beast! Juhu, das war krank, Leute! Total verarscht! Vergesst nicht zu liken und abonnieren! Und natürlich ganz viele Grüße an Mr. Beast für die großartige Zusammenarbeit! Immer wieder gerne, Hagi. Diese Spieler gibt mit diesen Regeln keinen Sinn! Warum hast du mich hierzu eingeladen? Ach komm, Foxy, es ist nicht so schwer. Schau. Diese Möpse hier können die Apfelwachen töten. Verwandeln die sich aber in böser Äpfel, musst du deine Fliegen plus den Bonus eines gewürfelten Critical Roads benutzen. Warum gibt es Würfel und Karten? Bitte hör auf, das Spiel zu hinterfragen. Wieso? Nicht das Spiel hinterfragen, Foxy! Aber... Halt bitte auf! Er hält uns seit Tagen fest und zwingt uns dazu. Erst zu hinterfragen, macht es noch schlimmer. Wer... Foxy! Wer wagt es mich zu hinterfragen? Das Spiel! Niemand, Sir. Ich tue es, du bist ein schlechter Spiel. Wie kannst du es machen? Ich bin auf dem selben Level wie Uno, Schwarzer Peter, Mau Mau, oder Mensch, jüngere dich nicht! Davon ist höchstens eins gut! Das sagst du nur, weil du zu blöd bist, herauszufinden, wie man gewinnt. Am Ende ist es noch so, dass man gewinnt, indem man alle Karten verbrennt und den Tisch umwirft. Nein? Nicht im Ernst. Sei leise! Versuch du doch mal, dir ein neues, spaßiges Spiel auszudenken! Was ist falsch am alten Quartett? Quartetts? Das ist das Spiel des Fußvolkes! Dreckige, dumme, unwichtige Vermittler... Das ist so viel besser. Wer ist bereit verquartett? Nein! Nein! Er solltet ihn mal berühren! Soll das ein Witz sein, Bonnie? Das Ding leuchtet! Ihr werdet es nicht bereuen! Komm schon, Foxy, wir können ihm vertrauen. Ihm vertrauen. Foxy, fass diese dämliche Box an! Na gut. Oh, wow, das ist wundervoll! Das kitzelt an den Ohren und an anderen Stellen. Das ist ja widerlich, Bonnie! Geschafft! Was jetzt? Ihr habt jetzt auch Superkräfte! Toll! Jetzt kann ich deine dummen Gedanken auch hören! Und was kannst du, Bonnie? Ich bin super stark! Wow, und du liest Gedanken? Was denke ich gerade? An was denkt ihr beide da? Hi, Chica! Du bist unsichtbar! Ich weiß! Uh, endlich frei! Das war's mit diesem dummen Lätzchen! Bist du wirklich? Oh, Mann. Ich glaube, ich bin ein Normalo. Das tut mir leid, Freddy. Vielleicht musst du nur ein Haar von uns essen. Danke, unsichtbare Chica. Aber ich glaube, ich verziehe mich erst mal. Ich kann mich teleportieren! Ich soll's doch! Wir werden echte Superhelden! Ei! Niemand kann uns aufhalten! Ja! Jep. Dank dieses Steins seid ihr alle verstrahlt. Freddy, ich bin ein Gott! Kannst du das wiederholen? Sieh her! Was ist das? Mach's! Weißt du, wer ich bin? Ja, du bist... Ein außerordentlich schicker Mann. Oh, was passiert hier? Das ist meine Welt! Oh, gar nicht gut. Hiermit kann ich alles tun! Chica! Hallo! Bye, bye! Ah! Gregory! Ich muss mal! Kein Schritt weiter! Hör mal, Superstar. Wie wäre es, wenn wir beide ein Eis essen gehen? Unbedingt! Gut, gehen wir. Äh, aber es wäre doch eine Schande, wenn gefestigte Milch auf diesem Blatt landet, nicht wahr? Ja. Lass es mich aufbewahren. Okay. Warte, stopp! Gib mir das Blatt, Kind! Verriter! Du hättest Teil meiner neuen Milch sein können! Äh! Jetzt wirst du einfach durch eine ausgestopfte Gante sitzt! Neiiiiiiiiiiiin! Ups! Also ich habe eigentlich mehr erwartet als... Ah! Freddy, was ist das? Ich weiß es nicht! Ahhhhh! Ich bekomme ich keine Zehn Pferde dazu, mein Rampenlicht mit diesen Schaumschlägerlein zu teilen! Schaumschläger? Nehmen wir sie sogar auch was halt aus! Dass Leute das wohl erst googeln müssen, zeig was für eine Kalkleiste du bist! Ach, könnte eine Kalkleiste das hier? Wie hat er... Ich weiß nicht, Grigory, aber es war der Hammer! Du denkst, das war cool? Das kriegt jeder von uns hin! Grigory da! Ich seh's, Freddy. Ach ja? Ich wette, ich kann dieses Balk weiter treten als du! Am Arsch! Versuch es und ich sag dir, wie man ein Kind richtig versinkt! Äh, Freddy? Ich also, ich bin schon neugierig. Freddy! Äh, du hast recht, Grigory. So kannst du mit einem Kind nicht umgehen, Monty. Es sollte an einem fair festgelegten Punkt gehalten werden. Freddy, was zur... Alles klar! Mach dich bereit, Mr. Twiddle anzurufen, Wall-Ey! Kein Schwein versteht deine Anspielung! Das heißt, du wirst gleich herausfinden, wer ne bessere Alligator ist! HAAAALT! Der Typ ist gar kein Alligator. Unter seinem Fuß steht's. Wie wär's denn mit einem Krokogator-Duo? Was sagst du, Monty? Es gibt zwei Dinge, die ich auf Teufel komm raus hasse. Und das sind Krokodile und denen gefälte Anspielung! HAAAALT! 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 Es muss ein neuer Rekord sein! HAAAALT! HAAAALT! Na hallo auch, Puschelschwanz! HAAAALT! HAAAALT! Oh, was für Hasenzähne du hast! HAAAALT! Und denk gar nicht daran, deine Tinte auch nur noch einmal bei mir zu lassen! Das war's! HAAAALT! Oh ja? Dann ertrink du ruhig mal in der dreckigen Tinte der HAAAALT! HAAALT! MAMA! HAAAALT! 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 HAAALT! HAAAALT! 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 nie etwas gruseligeres gesehen das einzige was gruseliger wäre ein riesiges leeres eigentlich meinte ich ein leeres mcdonald was war das hat sich verlaufen nein auf keinen fall wirklich wo ist der ausgang der ist dort drücken ihr habt euch total verlaufen kommt her wie seid ihr hier gelandet wir sind von der bühne geglischt ja das macht maja hin und wieder was meinst du ja ich kann um tec-tac-toe zu spielen aber mein stift ist weg und wo es passierte ja der auftritt war glaube ich lang genug was machen wir jetzt fragt doch euren freund was ich sagte doch ich finde euch zwei verlaufen sich in meinem backroom ihr werdet es noch nie wieder verlassen ohne diese karte was geht ab leute hier ist euer bro pro player toy slayer und heute haben wir ein paar sehr tolle gäste der teufel und boyfriend naja nicht deine aber ja ja natürlich nicht weiß ich ja aber die vielleicht nicht bro wissen das warte wäre das so schlimm gar nichts du bist wundervoll wirklich fängt der kram ja auch mal an heute finden wir mami longlegs das wird eine entscheidung die keiner von uns mit jedem rat das ist definitiv eine entschuldigung ich will mich verrollen oh man verdammt es gibt nur noch ein ausweg bitte teute mich nicht du das macht dann 300 mäuse für die show was wow du spielst diese rolle so gut ach gekonnt ist eben gekonnt ich habe mein schlüssel bei einem hinten gespürt und sieh dir bendy an alles für die klicks klar soweit ich habe übrigens zu bekommen geht das was das ist die zucker eine neulinge ihr habt fünf minuten für diese strecke keine sorge leute ein reptil kommt schnell ans ziel Und endet als fossil, wie alle anderen. Ja, und Littlefoot ist raus. Das zählt als Versuch. Uh, das Licht am Ende des Tunnels. So, Kettbeck, bleib weg vom Licht! Was hat das denn hier zu suchen? Wir haben ein Mückenproblem. Ich komme, Alien! Sind das etwa Laser? Ich glaube, es geht. Schützchen! Sollten diese Herausforderungen nicht wie Kinderspiele sein? Ja, wie in meiner Kindheit. Immer auf die Laser achten. Oh, ach, egal! Nicht schlecht, Langstrumpf. Du hast gewonnen. Gewonnen? Was denn gewonnen? Oh, ähm, es ist... Da hinten? Komm schon. Genau wie es dir Mama gezeigt hat. Sag mir, was fehlt uns in diesem Moment? Der Pizza-Plex! Nein! Ich meine, irgendwo hast du recht. Ja, das fehlt uns wirklich. Aber darum geht es nicht! Normalerweise sind wir zu fünft, Leute. Jemand ist verschollen. Oh! Musik, Mann! Gregory! Ich rede von Gregory, mein Scott! Oh! Es gibt nur zwei Möglichkeiten in diesem Fall. Entweder er wurde von einem von euch verstümmelt und lebendig verschweißt, oder er ist weg. Aber eure suspekten Gesichter sagen mir was anderes. Chica! Äh, ich weiß gar nichts! Ich hab den ganzen Tag Müll gegessen. Frag Woxer! Wow! Warum denn ausgerechnet ihn? Als ob ich den essen würde. Ihr braucht wohl einen kleinen Anreiz. Keine Pizza mehr für euch, bis wir Gregory wiederhaben! Keine Pizza mehr! Freddy, ich esse dieses dämliche Käppel, wenn du mir meine Fleischsoße verbitterst! Warum sind wir überhaupt die Schuldigen? Ist er nicht dein, Bulk? Es ist Neid. Was? Stimmt doch! Ihr seid nur neidisch, weil ihr kein menschliches Pokémon habt wie ich, also habt ihr es gestohlen! Freddy, nutz deine Denkmurmel! Vielleicht war es, Monty. Andererseits hätte Roxanne ein Stack gebrauchen können. Nein, das wäre wohl eher Chica. Ich weiß nicht wie, aber ich schwöre bei Scott, wenn ihr nicht sofort rausrückt, werde ich FNAF 1 noch einmal... Hallo? Hört mich jemand? Ist da draußen irgendwer? Hallo? Bitte, helf mir! Heiliger Scott! Oh nein, jetzt ist Schluss! Es schmerzt so sehr! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020